Ich stehe hier neben dem Ligi und du sagst mir, dass wir dieses Interview in Deutsch machen können, oder? Ja, genau. Wir sprechen Englisch, weil meine Italien nicht so gut ist. Aber das ist ein tolles Mock von dir. Vielen Dank. Tell uns, was hier passiert. Es ist ein Spacediner. Die Idee habe ich aus dem Film Spaceballs. Weil, wenn man sich daran erinnern, am Ende des Films, Lone Star und Barf gehen zum Diner. Und sie orderen ein Spasier des Tages. Und dann ein Alien kommt und beginnt zu singen. Also habe ich diesen Alien, hier auf dem Bar. Es ist einfach nur ein Mutant Black Wurst als ein Alien. Aber das ist die Idee. Und du kannst es sehen, diversen Kunden. Es gibt ein paar, die haben einen Toast. Ein Mann, der seine Freundin mit einem großen Ring. Es gibt zwei Autos, die einfach nur für einen Snack. Es gibt einen Spaceman, der seine Päts arbeitet. Obviamente der Päts ist nicht so gut behandelt. Es gibt eine Robotische Mailbox. Und der Spaceman, der der die Mail. Ja, es ist einfach nur ein Alien als ein Mann. Und der Spaceman ist ein Roboter. Mit dem Spaceman. Und dann kann ich nur ein Moment stoppen. Und du kannst hier sehen, da ist eine Störerung. Sei wütend, bitte. Ja. Mit einem Roboter Arm, der die Bälke auf die Schöne stellt. Diese ist ein super Motor. - Danke, dass es uns vorgekommen ist! Matthias zeigt mir, es gibt zwei weitere Fahrzeuge hier. Es ist ein Spacetaxi. Ja, es ist ein Volkswagen Bulli, revamped in einem klassischen Spacetyl. Man kann auch die Interioren sehen. Und dann ist es auch ein Spacetruck. Mit Andromason Containern. Und man sieht, dass in einem von ihnen etwas grünes und schlechtes. Und wenn du... Und wenn du faszinierst, gibt es das richtige Zeichen. Spacetaxi ist auf. Ja, trink Spacetaxi. Ja. Luigi, nochmals danke dir. Das ist ein tolles Mock. Und ich mag es. Und wir sehen uns im nächsten Jahr hier in Skateback. Ja, sicher. Danke dir so. Luigi! Und ich bin Mario. Nein.